HomeTown war einfach der perfekte Opener für mich, weil es eigentlich alle Gewürze, die L'Oper ausmachen, beinhaltet und irgendwie so einen sofort mitnimmt auf die Reise. Das resultiert aus einem Achtseiler, den ich schon ganz lange hatte und es war so der erste Song, den ich zusammen mit Jules, der so der Co-Produzent des Albums ist, gemacht habe und wo dann irgendwie mit ganz wenig, irgendwie ganz viel Gefühl rauskam. Also HomeTown soll so ein bisschen dieses Gefühl beschreiben, dass man nach vielen Jahren, wo man unterwegs war, irgendwie wieder in sein Heimatdorf kommt und dann nach seiner Jugendliebe, seinem Jugendschwarm Ausschau hält und dann sogar zum Elternhaus geht von diesem Schwarm und halt klopft und halt fragt, wo ist denn diese Person? Und dann sagen wir, ja, die ist schon verheiratet oder er ist schon verheiratet und ja, das soll so ein bisschen dieses Gefühl beschreiben. Danach geht man in den Bar und betrinkt sich und erinnert sich an die gute alte Zeit.